Hi Leute, willkommen in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte mich erst mal am Anfang entschuldigen, dass ich seit zwei Tagen nichts gepostet habe, weil ich auch viel unterwegs war mit meiner Familie und ich war auch gestern bei meiner Freundin. Gestern bin ich auch erst nach Hause angekommen und da hatte ich auch viel zu tun. Heute bin ich aufgestanden. Mein Tag war eigentlich heute ganz schön. Ich war viel mit Familie unterwegs, haben wir einen neuen Grill gekauft. Den zusammengeschraubt und ja, der steht jetzt auf unserem Balkon. Und was habe ich noch heute so gemacht? Ein bisschen meiner Mutter geholfen, beim Aufräumen, mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt, einen kleinen Kamera von meinem Bruder abgekauft für 6 Euro, der die nicht mehr benutzt. Der benutzt sie nicht mehr seit ein paar Jahren. Also dachte ich mir, ich kann sie von den abkaufen für 6 Euro. Dann kann ich ein paar gute Clips für euch drehen. Ja, vielleicht auch mit dem Schwimmen gehen. Das geht auch. Und am nächsten Tag, also am Freitag, werde ich auch nicht so viel drehen, weil meine Mama macht auch Geburtstag. Also habe ich auch nicht so viel Zeit, will ich auch ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber am Samstag wird auch ein neuer Daily Vlog reinkommen. Also werde ich einen neuen Daily Vlog posten. Und ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie euer Tag heute auch so war. Gut oder nicht gut. Und bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal.